Warum ist das, dass man hier das Redstone... Äh... Ach ja, zwischenbei... Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wo, äh... ich die Teile hinbauen soll. Also, wie ich das bauen kann. Welche Räser ich ein... reinmachen kann. Und das Wichtigste ist, soll ich überall das Licht ausmachen? Weil ich glaub, ich seh da gar nichts. Ich kann nicht mal bis da ganz nach hinten. Also schon, aber bis da ganz... Ich trau mich nicht mehr raus zu gehen. Warte... Ich glaub, das wär chaotisch, wenn ich den... Monster... Wenn ich die Monster anmach, also... auf schwer stelle. Dann würden... da draußen ganz fährt welche spawnen. Die würden alle an der Tür stehen. Äh, nein, ich bin ja ein Kreativmotor. Also... Mach ich mal hier hin. Äh, Sound... Äh, nein. Also, hier... Hier... Ich find' dumm, dass da ganze Zeit dunkel ist. Es war... Ich glaub, ich hab da Minecraft-Mod runtergeladen, dass da ganze Zeit dunkel ist. Weil ich hab heute... Heute hab ich ganze Zeit Minecraft gebaut. Also, hab einfach nur die Wand gebaut. Und trotzdem war kein Licht da. Und ja, äh... Es gab heute Probleme. Also, vor einer Stunde, hab ich das andere Video ja runtergeladen. Äh, mit der Runterladung. Also, das... Ich musste 5000 Stunden laden, weil das ja... 13 Minuten war. Und früher hatte ich nur 2 Minuten. Und daran war ich nicht gewöhnt. Und ich musste da irgendwas anderes machen, dass ich nicht verderbe vom Computer. Also, nicht, dass ich jetzt computerbezüchtig bin. Aber ich wollte halt... Das Video herunterladen. Ich hab jetzt aber auch... Warte, ich guck' schnell auf meinen YouTube-Kanal. Ich hab' erst 22 Videos gemacht. Und das ist ja noch nicht genug. Also, ich find' das ist nicht genug. Und wenn manche denken, das ist genug... Dann guckt euch mal die Videos von Kronk an. Und dann... Sagt mir nochmal eure Meinung. Okay, äh... Entschuldigung, dass ich ganz halt von Kronk rede. Das ist halt faszinierend, seine Videos. Es ist faszinierend. Wie viele Let's Plays der gemacht hat. In meiner Klasse reden alle nur da drüber. Und nicht... Und ich hab' denen schon tausendmal gesagt. Hallo, ich hab' meinen eigenen Kanal. Hey, check mal meinen Kanal oder sowas. Ich glaub', ich bin wie Luft für die. Und die sagen, dass sie selber einen YouTube-Kanal haben. Ich hab' schon tausendmal nach irgendeinen YouTube-Kanal geguckt. Und ich hab' nichts gefunden. Ich glaub', die lügen mich an. Guck, ganz halt sind welche, die lügen mich an. Sagen, sie haben einen YouTube-Kanal. Und wenn du dann nachschauen willst, dann findest du nichts. Also dann... Dann findest du raus, dass sie dich angelogen haben. Dann lügt einer mal nicht, wie ich. Und auf einmal gucken die's nicht an. Ich guck's... Ich versuch' wenigstens den zu finden, den Kanal von denen. Aber... Also es kann auch sein, dass sie mich jetzt nicht angelogen haben. Oder sowas. Aber... Ich find's halt irgendwie... Wie sollen wir sagen? Zum Glück scheiße. Nein. Ich find's halt unfair. Für die Konkurrenz. Und meinen... Stab. Ich hab' noch nie das erste Let's Play von Kronk gesehen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben. Ob ihr mal das erste Let's Play von Kronk gesehen habt. Weil er muss ja mal ein erstes Let's Play gemacht haben. Ähm... Ich trau' mich nicht, das anzugucken. Weil er noch keine Ahnung hat, wie ein Let's Play gemacht wird. Also das denk' ich auf jeden Fall. Hier. Ich glaub' das wird der dunkelste Gang bis jetzt, oder? Ja! Ja! Sonne! Ich... Run! 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 Das Dumme ist, ich hab' mal in der Burg auch keinen einzigen... Also... Bis jetzt ist es eigentlich ne Psychiatrie. Sponge! Spongehinder! Ich warte auch nicht... Auf euch! Auf euch! Auf euch! Und ja... Bis jetzt ist ja ne Psychiatrie. Und ja, ich hab' mir überlegt, er solle uns irgendwann ein Computer begleiten. Also ein Computerprogramm. Und ich mache einen zweiten Teil davon. Also, dass eine zweite Burg gebaut wird und ein zweites Spiel. Äh... Könnt' auch in die Kommentare schreiben. Also, die, die Coms Video nicht gesehen haben, können mir entweder schreiben, ob was ich als nächstes bauen könnte bei der Geisterburg. Oder... Äh... Äh... Wie das heißen soll. Also, wenn ich das Level durchspiel... Also, wenn ich das ganze Spiel durchspiel... Es wird... Wird ja nicht nur ein Part sein. Schätze ich. Auf jeden Fall. Also, ich schätze, das wird schon mehr als ein Part sein. Oh, ich... Ich muss huizen. Entschuldigung. Gut, hab' schnell gehustet und jetzt... Warte, mach' ich weiter. Der Kopfhörer ist so dermaßen scheiße. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin Kopfhörer-Hasser. Aber der tut weh in den Ohren, dass einer schreien könnte. Also, dass ich zum Beispiel schreien könnte. Das bessere Beispiel bis jetzt. Hä? Warum kommt der Licht? Ach so. Nein. Ach so, deswegen kommt hier Licht. Ich dachte schon, der Gott kommt zu mir und will mich für meinen... Will mich strafen oder sowas. Oder so'n Quatsch. Oder Pädoboyer will mir einen blasen. Komm. Oh. Ah. Entschuldigung. Also, entweder schreit mir in die Kommentare, ob Licht drin sein soll. Oder schreit mir in die Kommentare, wie mein... Also, wie das heißen soll, wenn ich das durchspiele, das Level. Also, ich hätte jetzt einen... Den Namen schon gehabt. Also, Advent... Advent... Adventur. Aber das ist irgendwie... Hm... Ich weiß ja nicht. Äh... Also, Adventur... Adventur, also... Minecraft... Geisterhaus... Adventur. Und dann halt den Paten schreiben. Und davor natürlich... Let's play. Und dann... Schreibe ich diese kleinen Titelpunkte. Also... Zum Beispiel... Kurz vorm Verderben oder sowas. Keine Ahnung. Also, einfach das, was passt. Äh... Wie heißen Schmetterlinge? Nö. Diese Brieftauben da, oder was es sein soll? Ich hab's hier noch nie. Das sind Fledermäuse, ja. Äh, die spawnen die, wenn ich Monster anmach, oder? Nö, oder? Kann gar nicht sein. Ich hab vorher ausgemacht. Also, die tun mir ja auch nicht weh. Also, ist alles okay. Bis jetzt. Also, dann, äh, ist wieder mal Zeit für den Kürbismensch. Und jetzt hab ich ne Genal Idee. Etwas, was das ist. Und dann hier. Jetzt wird's hier wieder voll hell. Dauber Kürbiskopf! Hä? Willst du? Willst du Schlägerei? Willst du Schläger? Willst du? Oh, ich bin nicht da zu dunkel. Doch, will ich eigentlich, aber wir wollen ja nicht, dass die Leute hier Angst kriegen. Ich denk, dass sie mir nicht nur junge Jungen zuschauen. Oder Erwachsene. Oh. Äh. Schut. Also, hier ist dann wieder der. Dann ist hier ne Tür und da mach ich so exakt über ihn so ne Lampe. Also, hier zum Beispiel. Und dann geht es hier runter. Also, die ist kaputt. Ist hier irgendwo ein Brief. Das ist kaputt, ist die Lampe. Und dann sprengt sich das hier auf. So. Ne, ist zu klein. Den nehm ich nicht. Aber den Zaun aufzusprengen, dafür ist das da. Lachen wir gleich hier hin. Warte. Äh. Meine Ohren tun so weh. Scheiß Kopfhörer. Ich kaufe mir nie mehr was für 92 Euro. Das soll mehr kosten, der dumme Kopfhörer. Aber echt, das tut so weh in meinen Ohren. Ich denk mir da gleich, gleich kommt da ne Nadel raus in meine Ohren. Raus in meine Ohren. Ich trinke schnell Cola. Warte. Gleich wird's ein bisschen leiser. Also, jetzt hab ich was getrunken. und was schreibe ich hin. Ja. Irgend... Ich bin der Schreibkanzler, also... Irgendwas ist mit der... Äh. Passiert. 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 Äh. Bitte nicht benutzen. Hier. Also. Fertig. Gut. Ah. Ich schreit mir gleich den Kopf herun. Auf... Vorm Kopf. Oh. Ich seh grad, die Aufnahme ist schon sehr weit, also beende ich jetzt. Schreibt mir dann mal in die Kommentare, was ich als nächstes bauen soll, oder ob ich Licht reinmachen soll. Tschüss. Ich schlag mir mal in die Kommentare. Dann sehen Sie, wie es roller ist mir is war, um immer mit der즈ne müde, роhen, Ich schlag dir